was geht ab meine lieben freunde ihr sind webtaste schau heute geht es um ein gelöschtes musikvideo von jesus und kapital bra seit jahren pflegt die 187 straßenbande gute verbindungen nach berlin auch kapital bra gehörte ganz selbstverständlich zu diesem kreis aus freunden sowohl mit jesus als auch alex und bones mc hatte 24 jährige in den letzten jahren features aufgenommen erst letztes jahr war der berliner musikvideo zu drück drück zu sehen und besuchte nachher das konzert der 187 nach dessen trennung von team kuckoo und seinem bruch mit seinen alten freunden brach der kontakt zwischen kapital bra und der 187 straßenbande jedoch schlagartig ab zumindest öffentlich wirkt es so als würde funkstelle herrschen nun gibt es eine weitere nachricht die fans von 187 und kapital bra nicht freuen wird das musikvideo zum youtube wird puff puff und weiter von jesus und kapital bra lässt sich nämlich nicht mehr auf dem kanal der 187 straßenbande finden wie sich aus den social blade statistiken erkennen lässt wurde das musikvideo das weit über 25 millionen klicks hatte vor rund zwei wochen vom kanal genommen da die 187er den kanal selbst betreiben und bones mc bekanntlich das management der crew macht kann nur einer der rapper dafür verantwortlich sein auch das ist kein zeichen dafür dass es jetzt stress zwischen den beteiligten rappern gibt da bones mc immer wieder videos löscht die ihm nicht mehr gefallen dennoch hatte seinen faden beigeschmack vor allem weil es den song ohnehin nicht auf spotify gibt und er somit quasi verloren ist einen reupload des musikvideos oder gar des songs gibt es ebenfalls nicht echt schade für die fans was meint ihr dazu schreiben zu eurer meinung in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen hoch und ein abo da in diesem sinne bis zum nächsten mal bei rapptastisch